Willkommen zum zweiten Video zur Prozentrechnung. Im ersten ging es zur Berechnung des Prozentwertes, jetzt geht es um die Berechnung des Prozentsatzes. Und das Ganze nicht nur auf eine Art und Weise, nein, ich biete gleich vier verschiedene Lösungswege an. Man könnte sagen, im Vergleich zum ersten Video sind es sogar 33 Prozent mehr. Warum habe ich das jetzt mit den 33 Prozent hingeschrieben? Ganz einfach, das ist genau das, was wir berechnen wollen, sprich die Angabe immer, die mit dem Prozentzeichen dahinter ist. Ich habe vier verschiedene Lösungswege angeboten, also gibt es dazu auch vier verschiedene Aufgaben. Bei der ersten Aufgabe gehe ich an den Fahrradfahrer, der vielleicht eine längere Strecke fährt und jetzt 24 Kilometer geschafft hat und wissen möchte, wie viel Prozent das sind. Am zweiten geht es vielleicht um Fußball. Da hat irgendein Spieler drei von acht Toren in der Mannschaft geschlossen. Auch da wieder die Frage, wie viel Prozent sind das? Dann ebenso kann man zum Beispiel beim Benzintank fragen. Das ist ein 40 Liter Tank und da sind jetzt 26 Liter drin. Wie viel Prozent sind das? Und zum Schluss haben wir eine klassische Geldaufgabe. Wie viel Prozent sind 156 Euro von 1200 Euro. Keine langere Vorrede, wir fangen sofort an. Weg Nummer eins ist über den Dreisatz, beziehungsweise Proportionalitätsdenken. Da sage ich einfach die 160 Kilometer, das ist die gesamte Strecke. Man kann auch sagen der Gesamtwert oder auch Grundwert und das entspricht den 100 Prozent. Das muss ich jetzt irgendwie umrechnen, dass ich am Ende bei den 24 Kilometern auskomme und dann kann ich sagen, wie viel Prozent das sind. Ja, man kann zum Beispiel sagen, wenn 160 Kilometer die 100 Prozent sind, dann sind 16 Kilometer, also ein Zettel davon, logischerweise auch zehn Prozent. Rechnerisch bedeutet das, ich rechne auf der linken Seite geteilt durch zehn und das muss ich dann auf der rechten Seite eben auch machen. Dann kann ich überlegen, wie komme ich jetzt von den 16 Kilometern zu den 24 Kilometern. Dann kann ich einfach erst mal auf acht Kilometer runterrechnen. Das heißt, ich teile beide Seiten durch zwei. Das heißt, acht Kilometer entsprechen fünf Prozent. Dann rechne ich noch mal drei auf beiden Seiten und dann habe ich auch schon die Lösung. 24 Kilometer entsprechen 15 Prozent. Erste Aufgabe gelöst. Ihr seht, es ist ganz einfach. Die anderen Wege sind genauso schön versprochen. Machen wir Weg Nummer zwei. Das ist eine einfache Division. Ich teile einfach den Prozentwert, das sind die drei Tore in diesem Beispiel, durch den Gesamtwert. Das sind die acht Tore. Okay, jetzt muss ich schriftlich dividieren können. Das ist vielleicht ein kleines bisschen eingerostet, deswegen rechne ich das mal hier mit euch zusammen. 3 geteilt durch 8. Das passt gar nicht, deswegen 0 mal. Und wieder rückwärts. 0 mal 8. Das ist 0. Jetzt ziehe ich das ab. 3 minus 0. Bleibt der Rest 3. Jetzt kommt die erste nach Komma 0 runter. Das heißt, ich habe da 30 stehen, muss aber im Ergebnis an dieser Stelle schon das Komma setzen. 30 geteilt durch 8. Das passt dreimal. Rückwärts gerechnet. 3 mal 18 sind 24. Wenn ich das voneinander abziehe, bleibt ein Rest von 6. Und die nächste 0 kommt runter und dann kann ich wieder rechnen. 60 durch 8. Ja, das passt um 7 mal. Denn 7 mal 8 ist rückwärts gerechnet 56. Ziehe das von dann ab. Rest ist 4. Noch eine 0 als Nachkommastelle heruntergeholt. 40 durch 8. Das passt fünfmal. Denn auch rückwärts. 5 mal 8 ist genau 40. Es geht auf und ich bin fertig. Das Ergebnis ist 0,375. Und das Einzige, was ich jetzt nur wissen muss, ist, dass das Prozentzeichen nichts weiter heißt als geteilt durch 100. Und das heißt, rückwärts, wenn ich ein Prozentzeichen setze, muss ich mal 100 rechnen als Ausgleich. Das heißt, ich rechne mal 100. Sprich, ich rutsche das Komma und zwei Stellen nach rechts. 0,375 ist 37,5. Und schreib das Prozentzeichen dahinter. Und dann ist es das gleiche. Und dann ist die Aufgabe ebenfalls gelöst. Geht schön schnell, oder? Dann gibt es noch eine dritte Methode. In den Büchern finden sich auch Formeln. Wie sieht zum Beispiel bei uns im Mathebuch so aus. P Prozent ist W. Das ist der Prozentwert. Mal 100 Prozent. Und das Ganze geteilt durch G. Das ist der Gesamtwert beziehungsweise Grundwert. Es ist im Prinzip die gleiche Rechnung wie Weg Nummer 2. Nur eben als Formel formalisiert und diese Überlegung, die ich gerade zum Schluss gemacht habe, mit dem Komma-Zweistellen nach rechts schieben und Prozentzeichen dranhängen, oben in dem Zähler mit drin mit mal 100 Prozent. Wende ich jetzt auf die dritte Aufgabe an. Das heißt, P Prozent ist gleich. Der Prozentwert sind die 26 Liter mal 100 Prozent, wie in der Formel steht. Der Grundwert sind die 40 Liter. Schreibe ich einen Nenner. Und jetzt gucke ich mal, was ich damit machen kann. Zuerst kann ich die Liter wegkürzen. Das ist schon mal angenehm. Dann kann ich auch noch eine Null von der 100 Prozent gegen die 40 wegkürzen. So, dann habe ich eben 26 mal 10. Das sind 260. Im Nenner steht noch eine 4. Das Prozentzeichen ist auch noch da. Und das kann ich dann im Kopf rechnen. Die Hälfte von 260 ist 130. Und davon nochmal die Hälfte 65. Also ist das Ergebnis 65 Prozent. Und ich bin auch auf dem dritten Weg ins Ziel gekommen. Oh, der letzte Weg. Weg Nummer 4 in diesem Angebot. Das mit dem Bruch hat mir ganz gut gefallen. Das kann man aber auch noch mit dem Bruch ein bisschen anders machen. Ich bringe den Bruch einfach auf den Nenner 100. Das heißt auch wieder, wie in Weg 2 und Weg 3, ich mache eine Geteiltaufgabe. Ich teile den Prozentwert durch den Gesamtwert. Also hier die 156 Euro durch die 1200 Euro. Und schreibe das Ganze als Bruch. Dann mache ich den Bildschirm mal ein bisschen größer, dass ich etwas besser schreiben und ihr besser lesen könnt. So, als erstes kürzen sich die Eurozeichen weg. Das ist schon mal prima. Und jetzt versuche ich den Bruch durch kürzen und erweitern auf den Nenner 100 zu kriegen. Das kann ich zum Beispiel durch 2 kürzen. Dann werden aus den 156 78. Und aus 1200 werden 600. Das kann ich nochmal durch 2 kürzen. Dann werden aus den 78 39. Und der Nenner wird zu 300. Das kann ich jetzt nicht mehr durch 2 kürzen. Aber noch durch 3. So, da sind wir schon bei 13 Hundertstel. Okay, ich habe das jetzt ein bisschen leicht gemacht mit den Zahlen. Ich habe schon den Nenner 100. Und eben Prozentzeichen heißt ja nichts weiter als durch 100. Das heißt, ein Bruch mit Nenner 100. Und das Prozentzeichen ist das gleiche. 13 Hundertstel ist gleich 13 Prozent. Und ich habe es auf die vierte Art und Weise gelöst. Also, ihr seht, Prozentsatz ausrechnen. Es gibt viele verschiedene Varianten. Welche jetzt die Lieblingsvariante von euch wird, ist eure Entscheidung. Und es gibt dazu auch kein Patentrezept. Bei manchen Aufgaben ist es leichter, über 3 Satz zu denken. Bei anderen Aufgaben ist es leichter, einen Bruch zu bringen. Auf den Nenner 100. Oder eben, ich rechne einfach eine Geteiltaufgabe und setze dann das Komma um zwei Stellen nach rechts und hängt das Prozentzeichen dran. Eure Entscheidung. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Aufgaben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.